hallo und herzlich willkommen zu house flipper einem spiel wo man wohnungen häuser aufräumen muss reparieren muss und so sachen ja mal schauen was das kann wieder mal gameplay mäßig keine ahnung ich hab's bloß mal irgendwo gesehen und mir gedacht alles klar schaust du dir mal an i wanted one bedroom not to welcome to house flipper this game will allow you to buy renovate decorate and sell houses for now however you need to be content with the check what that you can call your office and the laptop that is your command center ja weg mit dem müll hier für song dem müll okay okay ich habe aber noch keine twist ist alles sauber zu machen gerade einstellen so mal mitbekommen ich will allow you to find shops buy houses switch between them you can afford to buy you cannot afford to buy a house yet but it looks like you already have your first email work means victory okay e-mail gucken wir doch mal sarah lewis ex-boyfriend stole the radiator from my house hello i'd like to hire your community put my house in order i know from for this person face spam that my ex-boyfriend broke into my house made a huge mess and stole the radiator it is possible that something else is missing please make order in the house and replace the missing devices i would ask you not to inform the police about a royal matter i will settle it myself with my ex-boyfriend after returning from a business trip alles klar und dann wollen wir mal von der sarah die wohnung aufrollen congratulations you unlocked a new tool from now you will be able to clean dirty stuff using the mob und dann wollen wir mal von der sarah die wohnung auf der lars sieht schon schicker aus und dann wollen wir mal von der lars und dann wollen wir mal von der lars und dann wollen wir mal von der lars ja ganz schön hat er sich ganz schön mühe gegeben muss man ja mal sagen also ich kann es so machen ok äh scroll to rotate ah so geht es natürlich schöner ok you are improving turn on the tablet to choose what you want to spend on the new skill point you got ja später buy things bei der store und was zählen das natürlich so einfach radio suchen assemble vor allem warum klar deine heizung so den raum durften wir haben living room ist fertig genau bedroom bedrooms auch sauber so zu machen badezimmer ja ich würde sagen jetzt sind wir fertig perks building cleaning foster cleaning see some dirt in minimap good mob komplett oder 100 prozent oder ist halt ziemlich easy gehalten zur zeit finde ich die tür kann man immer sauber machen vor allem gibt es bald einfach aussieht das eigene büro sauber machen das lage ist so next email radiators pay you if i will pay you if i am fully satisfied or you get nothing winter is coming the windows are hard and there are no radiators in my house mount them okay frage für mich ist jetzt warum sind keine heizungen in seinem haus da habe ich schon mal eine so eine kürz zum beispiel hier ist auch eine ja das kenne ja aber mal hier fix den den lachs ran schrauben wenn es überall so einfach wäre eine heizung anzubringen ich sag euch ich sag euch Irgendwo fehlt noch eine Heizung, ein Splint, ne da muss eine sinken, also ein Waschbecken, das würde ja eine, oder? Warte mal. Von wie das fast ohne irgendwelche Hinweise auskommt. Aufgeschraubt, drauf, das noch ran. So. Achso, das war alles, was ich mounten musste. 100%, complete, perfect, one and only one bedroom. Find's interessant. Owned photos and images. By using gallery type, you can choose any. How can I choose a post of? Ah, okay, das hört mich nicht. Baby on the way. Cleaning the garage. Caroline Smith. Need to clean, please throw away all the boxes, trash and all the tiles. Please don't, we have to clean the window. Better not to move the tools my husband doesn't like when someone moves them and he can't find them afterwards. Okay, da wollen wir mal die hässliche Garage aufräumen. Ich verstehe, dass eine Garage doch einen gewissen Grad an Dreck beherbergt, aber alter. doch. Okay. 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 Mit einem Dampfreiniger Leute. Mit einem Dampfreiniger. 400 Taken dafür, geil. Ich denke ein Auftrag machen wir noch, da haben wir jetzt schon gefühlt alles gesehen, was man hier machen kann. Amaranth walls, ich möchte mein Haus ein bisschen mehr arty, kann ich bitte ein paar Wäste in der living room, amaranth, Remainers, ich würde die Läge-Painted in Stunning in Grey, oh, ich almost forget, ich kann bitte die Brocken-Elektrical Socket, Merci Amanda Johnson, you have unlocked a new tool, to be able to paint walls with a brush, I have to do this to buy paint, apropos Tablet, Cleaning, Ultra HyperMap 2018, Handyman, hab ich auch noch, Faster Mounting, Faster Blastering, Faster Tilling and Paneling, machen wir das, Mounting. Negeration, the price, orders, extra payment for order, paint rooms, mount devices, okay, oh, I do, so, so, paint with the color Amaranth, Adventure and Grey, store, Stuhl, paint, oh, my God. und C Adriance ... Beweise ... ... ... ... Vielen Dank. Wie kommen wir auf die Idee, seine Wohnung so streichen lassen zu wollen? Wie sieht es denn eigentlich aus? Perks? Cleaning, Demolition, Painting. Noch sieben Painted Wars, da kann ich Paint two Wars at the same time, jawohl. Wie war das jetzt? 75, genau. No. 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 Go. No. mal gucken wieviel vor kleiner übrig ist erst ein scheiße Ich glaube hier habe ich schon etwas vergesst So So Paint with the color Amaranth and Adventure Grey Hier ist die Zwischen hier, hier ist Brust Grey Ja, Grey, Grey Das ist ja Malone ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Meine Farbe ist leer verdammt. Noch zwei Wände und dann kann ich einen neuen Perk wählen. Und zwar, dass an schön gestrichene Wänden keine Farbe mehr vor Dingsen. Muss ich noch mal so ein Pott-Grau-Kurven. Ja. 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 Ich habe das vergessen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.